2023 ist vorbei und was wird aber 2024 so alles hier auf diesem Kanal passieren und noch sehr viel mehr, das alles jetzt in diesem Video. Willkommen on board, ich bin es dein Captain, dein VW OG mit den wichtigsten VW News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest, aber heute mit einem anderen Thema. Denn wie letztes Jahr werde ich auch dieses Jahr hier einen kurzen Ausblick geben, was euch da draußen in 2024 hier auch auf diesem Kanal erwarten wird, denn es ist auf jeden Fall eine Menge. Fangen wir mit der ersten sehr positiven Nachricht an und zwar dem Collector Talk. Dieser wurde von euch extrem gefeiert und deswegen werden wir das auch in 2024 so fortführen wie im letzten Jahr mit einem monatlichen Collector Talk zusammen mit Chris Bivereisen und Instinct. Außerdem werden wir uns alle drei Monate, das heißt insgesamt vier Gäste in dem nächsten Jahr raussuchen, die dann Special Guests sein werden. Darunter wird dann hoffentlich auch zum Beispiel David Yu, der VW CEO und noch viele, viele weitere spannende Gäste dabei sein. Ich werde außerdem mein erstes NFT bzw. Digital Collectible releasen und das auch noch mit Zukunfts-Utility. Das Ganze wird außerdem auch jetzt ins Jahr 2024 schon mit Utility gehen, wie zum Beispiel Special Giveaways nur für diese Holder oder auch teilweise Freigetränke auf bestimmten Giveaways, die ich dann mal spontan, mal auf jeden Fall auch angekündigt, dann verlosen werde. Und dementsprechend ist das ganze Collectible auf jeden Fall auch etwas, was natürlich an Leute gehen sollte, die mich auf meinem Kanal schon sehr lange supporten und auch wirklich ehrlich supporten. Die Kommentare schreiben, die liken etc. Natürlich sehe ich es bei den Leuten, die sich in den Kommentaren auch melden, sehr viel Ehe. Aber natürlich auch vielen Dank für jeden, der mich allgemein auf diesem Kanal supportet. Ich habe jetzt aber mir die Arbeit gemacht und einfach mal die Kommentare der letzten zwei Jahre so ein bisschen durchwühlt und geschaut, wer ist wirklich hier aktiv. Und habe dazu eine Liste erstellt und werde die auch gleich einmal ganz kurz einblenden. Solltest du dich auf dieser Liste befinden und du sagst, hey, ich möchte dieses Collectible haben, dann schreib mir unbedingt einen Kommentar hier unter dieses Video oder auch gerne privat und dann schreib mir dort einfach mal deine Polygon Adresse. Dann schicke ich das in den nächsten Tagen und Wochen dir rüber und dann freue ich mich auf jeden Fall, dass du ein Part dieser Community bist. Und es wird auf jeden Fall auch noch Collectibles geben, die nicht an Leute geben, die mich schon lange supporten, sondern ich werde auch ein paar, also es sind wirklich nur so vielleicht 10 Stück oder 5 Stück, noch in Livestreams verlosen. Das heißt, wenn ihr noch keins dann haben solltet, mich trotzdem supportet, habt ihr dort immer noch die Möglichkeit, auf jeden Fall da was rauszuholen für euch und auch dieses Digital Collectible für euch zu saven, um in Zukunft dann auf jeden Fall davon auch zu profitieren. Außerdem wird ein Projekt zurückkommen, was ich vor über einem Jahr eingestellt habe und zwar ich bewerte dein Portfolio. Das Ganze wird mit Stacker möglich, wie du daran teilnehmen kannst und wie das ganze Format dann aussehen wird, das zeige ich dir dann auf jeden Fall in den nächsten Wochen. Da wird es auf jeden Fall nochmal ein separates Video geben, was zwar nicht allzu lang ist, aber dir einfach zeigen wird, wie du daran teilnehmen kannst. Ansonsten wird es noch eine weitere Sparte in Zukunft hier auf diesem Kanal geben und zwar nämlich das Vorstellen von Projekten, die im Bereich Crypto Gaming aktiv sind. Das wird aber ein sehr, sehr kleiner Part hier auf diesem Channel, deswegen macht euch keine Sorgen, es werden natürlich weiterhin die wöchentlichen Vivi News für dich kommen. Das Viviverse steht außerdem vor der Tür und das heißt, dass ich mit euch auch live ins Viviverse gehen werde. Es wird unterschiedlich der Livestreams geben, wo wir zusammen etwas bauen als Community, sowie aber auch ich zum Beispiel alleine mit euch eine Sache kreiere in meinem Showroom. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein. Ich hoffe, dass das Viviverse dieses Jahr so umfangreich ausgerollt wird, dass ich mit euch natürlich auch dort umfangreich interagieren kann. Aber ich habe auf jeden Fall darauf schon richtig, richtig Bock und ich freue mich auf jeden Fall zusammen mit euch ein eigenes Viviverse zu gestalten und richtig aufzumotzen. Ansonsten wird es natürlich auch in diesem Jahr wieder Treffen von der deutschen Community geben. Das nächste ist auch schon relativ bald. Es ist zwar nicht in Deutschland, aber trotzdem werden sich dort sehr, sehr viele deutsche Community Member treffen und zwar nämlich in Oxair, was vom 25. bis 28. Januar stattfindet. Und dort werde ich unter anderem auch vertreten sein. Ich bin von 24. bis zum 28. in Oxair vor Ort und freue mich natürlich auf jeden, der von euch dort vor Ort ist. Ein weiteres Event werden wir dann auf jeden Fall im Verlauf des Jahres noch planen. Dort könnt ihr gerne jetzt auch schon in den Kommentaren Vorschläge machen, wo wir das nächste Vivi-Event machen sollten. Natürlich wäre hier auch eine Kombination zum Beispiel aus einer Comic-Con oder einem anderen Krypto-Event eine fantastische Kombination, um natürlich auch unsere Community etwas zu erweiten. Und ansonsten war es das jetzt auch schon mit dem gesamten Video für heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen fantastischen Start in das Jahr 2024 mit viel Glück und hoffen wir, dass es für dieses Jahr auch bei Vivi und Ikomi besser wird als im letzten Jahr. Und wenn das ganze Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben. Und sonst bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir daraus fürs Zusehen und wünsche dir noch jetzt einen wunderschönen Morgenmittag oder Abend und bis dann, dein Captain. Ciao, ciao.